Palim palim Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder bei der weiteren Folge 7D, oder? Mein Knochen tut weh Ja, die Helia hat das Kacke erwischt Immer hab ich irgendwas Hier, schön aufmachen Warste da oben schon? Ja Echt, da oben? Hier oben? Da oben? Hier hier oben? Ja Kannst da reingehen, dann siehst du ein leeres Vogelnest Waren wir hier schon? Waren wir schon? Nein Das sieht nur so ähnlich aus wie unsere alte Base Nein, 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 so meinte ich das jetzt nicht Das dauert lange Wo bist du denn? Im Haus Was machst du hier drinnen? Guten Raketen-Muni Gut Ähm Ist was zum lesen drin oben? Unten ist auch was zum lesen drinnen? Ich glaub das kann ich nicht lesen Wenn ich drauf drücke Dann hast du das schon gelesen Gut Dann hast du das schon gelesen, das ist doch gut Ich bin rammelvoll Ich auch Ich renne mit Stühlen im Inventar rum Ich auch Was? Echt? Ja, für meine Bude Dann schmeiße raus Nee, nicht für die Bude Was? Nee, da behalte deine Deko Stühle Natürlich Deko Ich verbrenne die Stühle Uncoole Kiste Nee, der geht vor Hallo Scheint sicher zu sein Hier ist ein leeres Glas Kaffeebohnen Leere Gläser Nichts Ähm Noch mehr Zeug, was ich nicht mitnehmen kann Gläser Äh Farbe Kann ich alles nicht mitnehmen Ich bin rammelvoll Wann für Farbe? Machen wir mal so So, hier dürfte jetzt kein Zombie mehr spawnen Soll da was achten? Ja Das bin nicht ich Mal ums Haus gucken Noch mehr Stühle Na die, die ich sehe Die schmeiße ich denn in Kochen Äh, zum Kochen AK 7 4 Teile Brauchen wir die? Ich kann die alle nicht mitnehmen Bin auch voll Ich hab hier was aufgemacht, hier die A Eiß Ich glaub da musst du unbedingt rein Hallo Ja jetzt Oh, das dauert lange Ist nicht Ganz schwere Kiste Ja Huiiii 69 Munition Was für Munition? Pistole Pistole Das Klo Lüttentag Scheint safe zu sein Guckst du erst mal in die Röhre Ja, da ist Krackwasser drinnen Wie? Oh, die kann ich mitnehmen, die Schienen Trübes Wasser, nie danke Trübes Wasser, nie danke Überall nur trübes Wasser Mh Der tut sich irgendwas weh Draußen Ein grüner Pullovermantel Ich hab grad nicht Hier, willst du so ein Dings drüber setzen? Hier im Schrank Ey, ich habe hier, warte Ich habe das hier Geht das? Mhm, ich weiß, ich weiß Und wie kann ich jetzt die Nachtsicht aktivieren? Äh Mit F Mit H, mit N J Warte Das ist jetzt Mit H N Nee, N geht auch nicht Mit G Muss ich mal ausprobieren Toll, jetzt habe ich meinen Bogen getroppt Mit J? Enttäuschend Das tut mir leid Mhm, merke ich Da haben wir hier fertig gelootet, ne? Mhm Wieso habe ich seit letzter Zeit immer Beinbrüche? Ich müsste mehr Milch trinken, glaube ich Ah du, sonst ist es immer mein Part, dass ich immer die Beinbrüche habe Wie sieht es denn aus? Kann ich denn Trinken 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 Mach ich mal Und einmal Jucke Lauf mal schön langsam, ne? Da bittet der ja Du bist Voll uncool Was denn? Warte doch mal auf mich Hör ich doch Ich habe einen Rucksack Oder Sporttisch Wo nichts drin ist Und da sehe ich schon wieder was mitnehmen Oh, ein Steini Mhm Ja, die bringen gut Eisen Brauchen wir Weil du bist doch total begeistert jetzt von deiner neuen Picke und mit deiner neuen Axt Bist doch begeistert, ne? Jaja Braucht aber gar nicht schön krass Ressourcen Jaja Jaja Ach verdammt Kali, da hinten ist eine Kiste Ja, habe ich auch gesehen Hast du das überhaupt gehört? Nein Wir sind voll Ach verdammt, ich treffe die heute nicht Hä, du hast ja sonst ja sonst Zeit getroffen, gib die Mühe Ich lasse dich gleich hier alleine zurück Die Rettung sind da her Echt? Vielleicht willst du ein paar Freundinnen haben Ich muss aufpassen, dass ich hier auch einmal schön alles mit einsammel Ich glaube das gefiel nicht Und da mal Bleiben sie weg Guck mal, hier hängt auch einer rum Du und deine Steinnis Die sind wichtig Elia Ja, mit A Sind wirklich, wirklich, wirklich wichtig Ja, davon kann man auch ein paar mitnehmen So verbrennen Damit wir nicht alle kostbar und die Kuschstühle nutzen Das machst du ganz toll Oh, Kali Oh Mach ich Ich mach ja Außerdem muss ich gerne noch Steinen machen Wir brauchen ja Ich muss noch Autos kaputt machen Oh, ich muss so viel Ich muss den Zementmixer eigentlich mal kraften Verdammt, ich kann die Feder und sowas nicht aufsammeln So, ich geh mal hier gucken Was ist da drinnen? Weißt du gar nicht, was wichtig ist und was nicht? Alles Was ist wichtig? Ist alles wichtig Ich bin rammelvoll Oh, scheiße Gut, dann Scheiß auf die Blätter Das nimm wir mit Scheiß auf die zweimal Kaffeekacke Das nimm wir mit Schmerzerblätten brauchen wir nicht Viermal von den Dingen Warte mal Die Munitiona Du hast Hunger Erster Antibiotika, auch sehr wichtig Hier, nimm mal die Stühle, die schmeiß ich jetzt raus, ja? Ja Du stapelst ganz schön hoch Ja So, was hast du denn noch drinnen? Hast du die Stühle eingesammelt, Yara? Ja Na lass mich mal kurz gucken Also ich würde jetzt noch Also Schmerztabletten brauchen wir nicht Die Messbecher Die Waffe aber Wenn die Messbecher noch mitgehen, joa Die Messbecher auch Aber auch Hauptsache die Waffe Ist dabei Okay Warte Machen wir mal einen neuen Bogen und eine neue Axt Du hast immer noch Hunger So hab ich Hunger? Ich hab gerade gegessen, das bist nur du Okay Ist ja auch grad 9% hier Da kriegst du ziemlich Viel vor uns rum Hätte sein können, dass ich da jemanden treffe Vielleicht noch ein bisschen was trinken? Ja, trink durch deine Maske Durch dein Tuch hindurch Okay Okay Wir müssen mal da hinten hin Wohin? Da oben Weil? Weil das gut aussieht Ja, sieht zwar cool aus, nur super voll Na eben, doch nicht jetzt Wir sind voll Doch nicht jetzt Okay Verdammt, ich verziehe immer mit der Maus Ah Hahahaha Genau, du hast mal schön Spaß mit den Zombies Ich knall hier noch ein bisschen weiter die Steinchen Wird mal wieder ordentlich was reinkommt Auch da mal bitte nicht so schnell Ah, okay Und ich glaub diesen weißen Sand, den brauchen wir glaub ich auch Den haben wir auch noch nicht Äh Ich hätte immer nur die Steine wegfliegen Oh Nester, zwei Stück Und ich kann sie nicht einsammeln Mit Eiern? Äh, nein mit Federn Hier Da Federn hab ich jetzt auch voll Wann das zweite? Ah, egal Außerdem zuhause haben wir ja auch noch Federn Von daher, also Federn Brauchen wir nicht wirklich Und wir brauchen echt bessere Munition hier Wenn die Zombies immer besser werden, können wir nicht hier mal mit den Pfeilen und Bohren rumsackeln Aber Armbrust ist so Weiß nicht Doof? Dann müssen wir mal schauen Eier ja, für Eier hab ich Platz Na, dann sollten wir uns erstmal ausmisten Oder renn von mir aus noch weiter rum Guck doch nur Wenn ich ein Nest gesehen habe, muss ich es doch mitnehmen Oh, Eier Oh, Headshot Sehr schön Oh, zwei nie beieinander Eier ja Eier ja Ich muss mitnehmen Wunderbar Oh, ein Nest Hätte sein können Hätte sein können Hier noch einer, hier ist noch einer, Eier ja Warte, du Teenager Weil die Steinen spawnen glaube ich nicht mehr nach, weißt du? Bitte? Die Steine spawnen hier nicht nachholen, war das Eisen raushauen, ne? Der Weg wird immer weiter Alter Voll krass, Alter Gut Gut Mir macht es ja Spaß, die Zombies von Weitem abzuschießen, aber ich hätte gerne mein Zielfernrohr Aber Wieso hast du es nicht? Weil ich nur begrenzte Munition habe Ja, das ist richtig Ich mache uns mal Munition Ich weiß jetzt noch nicht, die Munition sieht doch genauso aus, oder nicht? Ne, ne, die ist länglich Ja, die ist ja gelb, aber ich habe ja Munition gefunden, die ist aber bläulich Es ist denn aber dieselbe, die man hier reinklatschen kann Ich habe Raketen, Muni, die ist bläulich Nein, ich meine jetzt, die man machen kann Gut, dann habe ich keine Ahnung Du bist doch der Profi Du kannst mich mal Du mich auch Und da muss ich unbedingt hier ein paar Dinge auseinander nehmen Oh, hier hat was geblutet Ist hier ein Ding? Hier mehr Hier auch Kann ich das jetzt eigentlich auch? Etwas zu essen dabei Elia Ah Funktioniert Es funktioniert So, ich entlude mich jetzt mal Äh, tu das Ich muss mal ganz kurz überlegen Wo willst du, äh, ich packe mal alles unten hin Unten haben wir aber kaum Platz Ah, ja, egal Und runter, äh, 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 ich will, ich will, runter Ich komme jetzt auch ganz gerne von hier, ne? Einmal Fleisch Einmal das Ich, ähm, habe keinen Platz Jürgen Ja, wo? Blöd Ein bisschen Nicht nur ein bisschen Eigentlich ziemlich Ich mache jetzt einen kleinen Rund Ähm Ähm Dann werde ich Mir gleich mal das einpacken Damit ich es auch nicht vergesse Oho, oder? Ah, das funktioniert Sehr schön Wenig Viel zu wenig Das ist meine Brille, die lasse ich mal bei mir drin Und das Fell pack ich mal hier Ich muss eigentlich auch nach unten packen Lillia! Jaaa, mit A Wissen wir Bist du nach unten her und hast hier echt die Das Ding zu hier gemacht? Hab ich? Du machst das wenigstens zu Ich scheiß mich ein, wenn ich hier alleine zocke Aber lass die Lippe oben auf Oh, du bist ein Held, ey Ich weiß Würde ich sagen, ein L- Alter, hier hast du auch zugemacht Nice Entladen wir uns hier, ihr lieben Liebenen Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder Wir bedanken uns fürs Zusehen, wo ist die Hedia Und pack hier nicht so viele Ich weiß auch Bis dann, ihr Lieben Okay Ciao, ciao Ciao, ciao